Jo moin Leute, herzlich willkommen zu diesem Video. Heute machen wir die erste Folge von Schlag den Lord, zusammen mit Lord Sander Sui Sephana. Hallo? Hallo! Okay, wir machen heute Best of Three in Build Battles. So Leute, jetzt beginnen wir auch mit den Build Battles. Und wir hatten vorhin schon Runden, aber wir sind gar nicht eingespielt. Es ist mega komisch, die ganze Zeit zu... Nochmal und nochmal. Hallo, du bist falsch gestartet. Machen wir nochmal. Gut, ähm, du bist zu spät gestartet. Ups. Und Leute, wenn auch ihr in diesem Format mitmachen wollt, dann könnt ihr einfach euren Namen, folgenden Namen, in die Kommentare schreiben. Und dann kommt ihr vielleicht beim nächsten Video, ähm, an die Reihe. Oh, hier. Oh, dieser Flick. Ich bin so schlecht. Wir sehen uns in der nächsten Runde. Bis später. So Leute, jetzt startet auch die nächste Runde. Mhm. Ich hoffe, ich gewinne wieder. Ja. Ich bin... Wo bist du? Ich habe absolut nichts gecheckt. Nein, wir nehmen. Shit. Entschuldigung. Also, hey, macht gar nichts. Ich kann gar nicht... Was ist eigentlich nur unterschiedlich? Irgendwo, oder? Ja, moin. Au! Au! Oh, bist du? Ich würde dich. Hallo? Es war in diesem Moment, dass er wusste. Er hat mich verbrannt. Nein. Okay, Leute. Wir sehen uns in der nächsten Runde. Bis gleich. So, Leute. Und jetzt sind wir auch an der letzten Runde angekommen. Ich will ihm noch eine kleine Chance geben. Wenn er jetzt gewinnt, hat er das Ganze gewonnen. Weil es steht ja jetzt 2-0. Oh. Und eigentlich hätte ich ja gewonnen. Aber wir machen jetzt so einen Deal, sozusagen. Okay. Und es wäre cool, wenn das nächste Mal auch viele Leute... Also wenn viele Leute den Namen in die Kommentare schreiben. Und vielleicht machen wir zusammen noch so ein Format. Das werden wir euch dann in einem Video ankündigen. Ein Double Bass Battle? Let's go. Oh, bist du schon hier? Oh, bist du schon hier? Oh, bist du schon hier? Nein, ich wollte dich überwauen. Habe ich. Ja, hast du. Ich höre dich die ganze Zeit drin. Willst du nicht versuchen hochzubauen? Ich muss mich gerade mega konzentrieren. Ah, hier bist du. Oh mein Gott. Oh, da ist er mein Boom. Oh. Oh. Was war das? Der ist wirklich so. Leute, ich hoffe, es hat euch gefallen. Haut rein. Und ja, schreibt den Namen gerne rein. Haut rein. 3-0 verloren. Ciao. Oh.